Das nächste Buch ist aus dem Französischen. Ihr wisst, Kathi Winter, 19 RTL, französische Expertin, kann einige Worte bestimmt nicht richtig aussprechen. Ich sag's nur, es ist ein kanadischer Autor, der im französischen Teil von Kanada lebt und deswegen das Buch auf Französisch geschrieben hat. Dieses Buch ist verfilmt worden. Und es heißt irgendwas mit Amstreet, glaube ich. Aber das ist nicht die Amstreet. Fünf war uns fünf nur Amstreet irgendwas, glaube ich. Müsst ihr mal gucken. Das ist wahnsinnig krass, das Buch. Und ich freue mich drauf, es euch gleich vorzustellen. Ich lese euch erst mal ganz kurz den Glam-Text vor. Nach einem Sturz mit dem Fahrrad wird der Student Yannick im Haus 5150 gelegentlich, äh, eigentlich nur um Hilfe bitten. Doch als der Schreie aus dem ersten Stock hört, wird er von dem Sadisten Jacques Beaulieu und dessen Familie gefangen genommen, damit er ihr Geheimnis nicht verrät. Gequält und gefoltert ist Yannick jetzt dem Wahnsinn der ganzen Familie ausgeliefert. Weil er kein Böser ist, dürfen sie Yannick nicht einfach so töten. Also muss er mit ihrem Vater sich in einer Partie Schach messen. Der Einsatz Yannicks Leben. Der erste Zug ist gemacht, doch welche Pläne sein Peiniger wirklich verfolgt, erkennt der Junge im Verlauf seines Martyriums erst nach und nach. Ach so, ja. Als 5150 Armsway, Spiel um dein Leben, ist das verfilmt. Nur, dass ihr schon mal wisst, das Buch hat 384 Seiten, ist ein bisschen dicker, würde sagen so. Ist 1395 und E-Book 499, Achtung, Werbung, aber ihr wisst das ja. Das ist soweit, das ist richtig krass, richtig gut geschrieben. Ich habe gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergangen ist, als ich es angefangen habe zu lesen. Mit einem Schachbrett im Keller, tatsächlich auf dem Dachboden. Aber ich glaube im Film, es ist ein Keller, ich habe mir die Bilder angeguckt, weil ich wissen wollte, wie alt ist der Film, was für eine Qualität, wer sind die Schauspieler und so weiter. Und da habe ich dann auf Google Bilder geklickt, habe es mir angeguckt, sah vielversprechend aus. Und wer mich kennt, weiß, ich liebe so Filme und Bücher über so Psychopathen-Familien, die so ein Haus haben, das so ein bisschen ranzig ist und so. So wie bei Haus der Tausendleichen, einer meiner Lieblingsfilme. Und so ist ein bisschen das Buch. Deswegen werde ich euch nun das Buch vorlesen. Also den Teil wieder. Verrückt. So ein triviales Wort. Oft beiläufig benutzt und ohne nachzudenken. Aber es ist das einzige Wort, das mir in diesem Moment in den Sinn kommt. Also schreibe ich es auf. Selbst wenn es sich dabei um ein Klischee handeln mag. Überhaupt geht es mir nicht darum, besonders originell zu sein. Ich bin kein Schriftsteller. Ich bin ein Gefangener. Manche Menschen werden behaupten, dass es da Gemeinsamkeit gibt, aber für solche Überlegungen habe ich gerade den Kopf nicht frei. Verrückt. Okay, da haben wir es. Ehrlich gesagt fällt mir keine passendere Bezeichnung ein. Nach den letzten drei Tagen kann ich wahrhaft behaupten, dass ich die tiefere Bedeutung des Wortes verstanden habe. Drei Tage. Es kommt mir ziemlich ironisch vor. Ich hatte darauf gedrängt, etwas zum Schreiben zu bekommen. Und nun liegt genug Papier vor mir, um den gesamten Koran abzuschreiben. Aber ich fühle mich völlig leer. Nein, dann war halt das genau andersrum. Ich bin zu voll. Dies ist das erste Mal, dass ich etwas über mich selbst schreibe. Ich habe schon einige unbedeutende kleine Gedichte geschrieben. Ein paar absurde und intellektuelle Kurzgeschichten, aber nichts allzu Persönliches. Ich hatte nie das Bedürfnis danach. Bis jetzt. Ich muss mich von dieser Last befreien. All diese Gefühle, die Ängste und meine Fragen auf das Papier abladen. Vielleicht auch meine Hoffnung. Für den Fall, dass ich jemals hier rauskomme. Gott, allein diese Wörter zu schreiben, macht mir Angst. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich will, dass jemand das hier liest. Es ist nicht für fremde Augen bestimmt. Ich möchte es einfach für mich selbst tun. Es ist die einzige Möglichkeit, mich abzulenken. Für den Moment zumindest. Einfach die Ereignisse in der richtigen Reihenfolge nachzuzeichnen. Schon das empfinde ich als sehr befreiend. Vielleicht hilft es mir dabei, das Ganze besser zu verstehen. Okay. Los geht's. Alles begann vor drei Tagen. Um genauer zu sein, am Freitag, den 20. September 1991. Meine Kurse am Literaturinstitut sollten am Montag beginnen. Ich war erst seit drei Tagen in Montschalz und kannte diese Stadt mit ihren 25.000 Einwohnern kaum. Also beschloss ich, die letzten schönen Sommertage zu nutzen und die Gegend mit dem Fahrrad zu erkunden. Gegen halb zwölf machte ich mich entspannt auf den Weg und fuhr durch die extrem ruhigen Straßen der Stadt. Ich durchquerte das Zimmer, äh, das Zentrum, ganz hübsch, aber ziemlich tot, und hielt für einen kleinen Snack bei einer Bar. War das nicht besonders aufregend? Aber ich komme ursprünglich aus Drümerville, und so hielt sich mein Kulturschock in Grenzen. Außerdem hatte ich sowieso vor, die Wochenenden mit Judith in Shearbrook zu verbringen, nur etwa 20 Kilometer von hier entfernt. Ich würde also die ganze Woche brav studieren und am Wochenende Party machen können. Kein schlechter Plan für einen Studenten, der etwas auf sich hält, oder? Nach dem Essen setzte ich meinen Streifzug fort. Wohngebiet klebte an Wohngebiet und empuppte sich als Abfolge steriler Neubauten, die alle irgendwie gleich aussahen. Nichts für aus der Reihe. Dann gelangte ich in eine Gegend, die deutlich älter wirkte und mir um einiges besser gefiel. Viele Bäume, keine Bürgersteige, nur wenig Verkehr. Ich bog in die Rüde-Urm ab, was so viel wie Ulmenweg bedeutet. Eine etwas abgelegene Straße mit jeder Menge Bäumen. Hinter einer Häuserzeile befand sich ein großes Feld und mir wurde ein bisschen nostalgisch zum Mutter. Ich war in der Nähe eines Waldes aufgewachsen und an den Bäumen hinter dem Haus meiner Eltern baumelten von jedem Zweig eine Erinnerung an meine glückliche Kindheit. Ich ließ mich langsam über den Asphalt rollen und von der anheimenden Umgebung gefangen nehmen. Großzügige Grundstücke, hübsche Nichts und moderne Einfamilienhäuser, ein paar Leute, die in ihren Vorgärten herum hantierten. Die Straße endete an einem gelben Maschendrahtzaun, an dem ein Schild hing. Ende. Ohne abzusteigen, ließ ich mich so ein Fahrrad gegen den Zaun kippen. Dahinter fiel nach ein paar vereinzelten Bäumen eine steile Kiesbüschung ungefähr zehn Meter zu einem schmalen, bräunlichen Fluss hinab. Auf der gegenüberliegenden Seite des Ufers hatte sich die Wildnis ihr Terrain zurückerobert. Keine Häuser, keine Straßen. Für ein paar Minuten verharrte ich und genoss die Ruhe des Flusses. Dann sah ich mich um und erblickte zu meiner Linken ein weitläufiges, leeres Grundstück, an das erst in 50 Metern Entfernung das nächste Gebäude angrenzte. Rechts von mir, umweite Zauns, ragte ein zweistöckiges Haus auf, dessen Alter ich auf etwa 60 Jahre schätzte. Der braune Ziegelbau war zwar recht unscheinbar, verbreitete aber dennoch einen gewissen Charme, eine beruhigende Form von Friedlichkeit. Sicher lag das auch an der leicht isolierten Lage. Ich wandte mich wieder dem Fluss zu und holte Tiefluft. Es fühlte sich gut an. Ich war glücklich, in dieser ruhigen Stadt zu leben und dachte darüber nach, heute Abend Judith anzurufen und ihr genau das zu sagen. Das ist sie liebte natürlich. Ich wendete mein Fahrrad und machte mich auf den Rückweg. Keine drei Meter weiter tauchte dann die verflixte Katze auf. Kommt zu fassen, dass manche Menschen nicht an Glück glauben. Es steht für mich außer Frage, dass so etwas wie Glück wirklich existiert. Um ein Haar hätte ich das Tier überfahren. Es schien aus dem Nichts zu kommen. Tauchte plötzlich ein Meter vor meinem Vorderrad auf. Ich versuchte auszuweichen, aber das Glück lässt nicht zu, dass man ihn ausweicht. Ich drückte die Bremsen am Lenker bis zum Anschlag durch und spürte, wie alles blockierte. Mein lebendes Hindernis gab ein krächzendes Ächzen von sich. Und dann erlebte ich zum ersten Mal, wie sich freier Fall anfühlte. Ich kämpfte mich zurück auf die Beine, rieb mir die schmerzenden Arme und fluchte wie ein Bauarbeiter. Abgesehen von ein, zwei Kratzern an den Händen und meinem geringfügig verletzten Stolz, war mir nichts passiert. Ich schaute mich um, niemand in der Nähe. Die wenigen Menschen, die etwas weiter die Straße hinauf ihren Vorgarten jäteten, schien nichts mitbekommen zu haben. Wunderbar. Ich konnte förmlich spüren, wie mein verwundetes Ego heilte. Mein Rad dagegen hatte es schlimm erwischt. Die Kette war abgesprungen, die Lenkstange leicht verdreht und das Vorderrad völlig verzogen. Da ich zu den Leuten gehöre, die sich mindestens drei Finger brechen, wenn sie einen Nagel einschlagen, beschloss ich mir, ein Taxi zu rufen. Ich ließ die Überreste meines zehn Gangbikes an Ort und Stelle liegen und lief auf das große, zweistöckige Haus zu, das ein wenig isoliert vom Rest darstatt. Ein weiterer Beweis dafür, wie gern das Glück seine Spielchen mit uns treibt. Hätte sich der Unfall an einer anderen Stelle ereignet, wäre mir überhaupt nichts zugestoßen. Überhaupt nichts. Dieser Gedanke allein reicht schon, um mich vor Wutlaute aufstöhnen zu lassen. Die Katze verschwand unter dem Maschendrahtzaun. Wenn es mir je gelingen sollte, diesem Albtraum zu entkommen, setze ich eine Belohnung in Höhe von tausend Dollar für denjenigen aus, der mir ihre gehäutete Leiche bringt. Nein, streichen wir das. Er kann sie mir ruhig Leben bringen. Ich werde sie selbst häuten. Es gab insgesamt drei Fenster im Erdgeschoss, eins links und zwei rechts der Tür. Direkt über ihm, im ersten Stock, befanden sich drei weitere, von denen das eine seltsamerweise etwas dunkler wirkte. Vorhänge? Danach sah es zumindest nicht aus. Auf der linken Seite des Hauses entdeckte ich eine weitere Tür, die auf einen kleinen Hof führte. Ich lief die asphaltierte Einfahrt entlang, vorbei in einem alten braunen Chevy, dessen Leuchtschild auf dem Dach hinein als Taxi auswies. So was, wenn das kein Glück war. Während ich mich der Haustür näherte, ließ ich meinen Blick erneut über den kleinen Hof gleiten. Er schien sich hinter dem Haus fortzusetzen und wurde von einer hohen Wacholderhecke flankiert. Dahinter nichts erzweilt. Ich klingelte und schaute auf die Uhr. 14.30 Uhr. Ich klingelte erneut. Das Taxi im Hof überzeugte mich davon, dass es sich lohnte, hartnäckig zu bleiben. Endlich öffnete sich die Tür. Der Mann schien Anfang 40 zu sein, ein paar Zentimeter kleiner als ich mit meinen 1,80. Er blinzelte unsicher und wirkte überrascht, mich zu sehen. Ich erklärte ihm, was vorgefallen war und zeigte auf die Überreste meines Fahrrads auf der Straße. Der Mann hörte sich meine Geschichte an und wirkte ein wenig misstrauisch. Der mickrige, braune Schnurrbart und die Hasenussbraune Haube aus lockigem Haar ließen ihn wie einen abgehalfterten Popstar aussehen. Der typische Vorstadtbewohner eben. Er kam raus und schaute zur Straße. Als er mein Fahrrad entdeckte, verzog sich der Mund unter dem albernen Schnäuze zu einem breiten Grinsen und sein Misstrauen löste sich offenbar in Luft aus. Ah, ein Totalschaden. Das schien ihn irgendwie zu belustigen. Keine Ahnung warum. Er musterte mich immer noch grinsen, als hätte ich ihm gerade einen unglaublich guten Witz erzählt. Er fing sogar an zu lachen. Und das wegen einer Katze. Nicht übel. Hältest du einen Zusammenstoß riskierst, wärst du jetzt besser dran. Ich persönlich traue Fahrräder nicht. Die sind noch gefährlicher als Autos. Meine missliche Lage schien ihn tatsächlich zu amüsieren. Ich erwiderte sein Grinsen, obwohl mir eigentlich nicht danach war. Der Kerl besaß einen komischen Sinn für Humor, machte sonst aber einen ganz netten Eindruck. Nett. Ich erklärte, dass ich mir ein Taxi rufen wollte. Hey, ich bin selbst Taxifahrer. Was für ein Glück, he? Allerdings habe ich heute Nachmittag frei und bin gerade ziemlich beschäftigt. Er wirkte, als hätte es ihm ehrlich leid. Kein Problem. Wenn es Ihnen recht ist, rufe ich einfach bei der Zentrale an. Er zögerte für einen Moment und sah über die Schulter in die Wohnung, zwirbelte sein Schnurrbart, als müsste er das Für und Wider meines Vorschlags abwägen. Verlangte ich da wirklich zu viel von ihm? Er trug uralte Jeans und ein verblichenes T-Shirt. Auf beiden prangten Flecken. Ich vermutete, dass er gerade etwas reparierte. Hören Sie, ich kann's doch nebenan probieren, wenn Sie zu... Nein, nein, natürlich nicht. Sein Lächeln war zurückgekehrt. Komm rein, komm rein. Ich trat direkt in eine große, scheußlich eingerichtete Küche. Grüne Tapete mit einem Muster aus malvenfarbenen Blüten, Schränke, Karamellbraun und ein leuchtend gelber Kühlschrank. Der Anblick tat in den Augen weh. Links führte eine Treppe hinauf in den ersten Stock. Unter den Stufen machte ich eine Tür mit Vorhängeschloss aus. Vor mir, direkt neben dem Herd, gab es einen Durchgang zum Esszimmer. Der Kerl wollte mir gerade zeigen, wo sich das Telefon befand, als die Haustür, durch die wir eben erst gekommen waren, aufschwang und eine Frau das Haus betrat. Sie stutzte und musterte mich mit andächtigem Schweigen. In ihrer Hand hielt sie ein kleines Mädchen. Mord! Der Mann wirkte überrascht. Dein Spaziergang hat ja nicht lange gedauert. Ein genervter Ausdruck trat auf sein Gesicht, als ob er sie dafür kritisieren wollte. Was die Frau betraf? Die starrte mich weiterhin nur an. Beinah verängstigt. Dieser junge Bursche hat gerade sein Rad geschrottet. Direkt vor dem Haus. Wegen einer Katze. Wieder fing er an zu lachen. Offensichtlich bot ihm mein Fahrradunfall eine unerschöpfliche Quelle der Belustigung. Die Frau entspannte sich allmählich. Zumindest ein wenig. Sie war ziemlich groß und nicht besonders hübsch. In ihrem sorgfältig geschnittenen, kastanienbraunen Haar zeichneten sich erste graue Strähnen ab. Ihr Lächeln kam mir ein wenig gequält vor. Ich schätze sie auf 45, aber gut möglich, dass ihr verkniffener Gesichtsausdruck sie älter wirken ließ. Meine Frau, Mord. Ich lächelte höflich. Sie errötete, wandte die Augen ab und verkündete mit schwacher Stimme. Ich bringe ihn in ihr Zimmer. Das kleine Mädchen, höchstens sechs, war ein dürres, zierliches Geschöpf mit langen, schwarzen Haaren. Sie sagte kein Wort und rührte sich nicht von der Stelle. Sie kam mir seltsam passiv vor, wie sie sich so widerstandslos von ihrer Mutter wegführen ließ. Als sie den Fuß auf die erste Treppenstufe setzte, hielt die Frau abrupt inne und stammelte in Richtung ihres Gatten. Es sei denn, es ist so früh, als dass ich raufgehe. Die Miene des Mannes veränderte sich. Plötzlich schien er sich unwohl zu fühlen. Mit gepresster Stimme erwiderte er, Äh, nein, wie kommst du denn darauf? Ein eisiger, missbilligerner Blick begleitete seine gekünstelt wirkende Frage. Was auch immer hier vor sich ging, es gefiel mir ganz und gar nicht. Ich verspürte wenig Lust, einen Ehekrach mitzubekommen, sondern wollte einfach nur mein Taxi rufen und verschwinden. Endlich senkte die blaue Frau ihren Blick, blinzelte verwirrt und verschwand nach oben. Ihre schweigsame Tochter hielt sie nach wie vor an der Hand. Der Kerl drehte sich zu mir um, offenbar deutlich besser gelaunt. Der Apparat ist im Wohnzimmer. Geh einfach durchs Esszimmer, dann siehst du ihn schon hinten an der Wand. Ich hole inzwischen ein Rad von der Straße. Wir können uns in den Kofferraum des Taxis einladen, wenn es da ist. Ich bedankte mich bei ihm, und er ging nach draußen. Da bemerkte ich, dass die kleinen Schnitte an meiner Hand doch stärker bluteten, als ich zunächst gedacht hatte. Ich ging zum Waschbecken und drehte den Wasserhahnahn auf. In diesem Moment kam die Frau namens Mord runter in die Küche. Ich erklärte ihr, dass ich mir nur kurz die Hände waschen wollte. Sie musterte mich ausgiebig, ohne ein Wort zu sagen, offenbar verschüchtert. Sie hatte große, dunkle, wirklich schöne Augen. So schade, dass sie so verängstigt dranblickten. Mit ihrer leisen Stimme rang sie sich ab. Sie sollten die Wunde desinfizieren. Ach, das ist nicht wirklich nötig. Oh doch, sie könnten sich sonst entzünden. Gehen Sie nur rauf ins Bad, da steht eine Flasche mit Jod. Die zweite Tür rechts. Schnell senkte sie den Blick, fast panisch. Und jetzt überrasche es sie selbst, so viel gesprochen zu haben. Während ich nach oben ging, öffnete sie einen Wandschrank, nahm ein Besen heraus und begann, mit mechanischen Bewegungen dem Boden zu kehren, als ob sie gar nicht wirklich registrierte, was sie da tat. Oben angekommen, stellte ich mir vor, was für ein Paar die beiden wohl waren. Er schien mir der klassische Macho zu sein, der Herr im Haus. Sie köpft das unterwürfige Weibchen, das ein trostloses, trauriges Leben führte. Manche Klischees hatten sich offenbar hartnäckig. Ein langer, fensterloser Korridor zog sich durch die gesamte erste Etage. Ich passierte zwei Türen, eine auf der linken, eine auf der rechten Seite. Geschlossen. An der nächsten Tür blieb ich stehen und drehte am Türgriff zu meiner linken, als mir einfiel, dass ich das Bad ja rechts befinden sollte. So spät. Die Tür schwang bereits auf. Ein Schlafzimmer. Stockdunkel. Ich konnte die Umrisse des kleinen Mädchens ausmachen, das auf dem Bett hockte. Sie wandte mir den Kopf zu. Nur keine Angst, deine Mutter hat mich nach oben geschickt. Ich wollte ins Bad und habe mich in der Tür geirrt. Tut mir leid. Sie betrachtete mich schweigend. Selbst in der schwachen Beleuchtung konnte ich ihre extreme Blässe erkennen. Fast kränklich. Nun, vielleicht stimmte das ja. Wäre sie sonst nicht noch in der Schule? Du hast doch nicht etwa Angst vor mir? Sie starrte mich an, immer noch werfwortlos. Ihre schwarzen Augen waren riesig und tief wie ein Abgrund. Sie erinnerte mich an die reglosen Pupillen eines toten Fischs. Ihre Haare schienen das hagere Gesicht noch zu verlängern. Irgendwie faszinierte sie mich. Weshalb saß sie hier die ganze Zeit allein im Halbdunkel? Zieh doch die Vorhänge beiseite. Die Sonne scheint. Sie rührte sich nicht. Keinen Millimeter. Und sagte nach wie vor nichts. So wie sie mich aus ihren riesigen Augen anglotzte, wünschte ich mir nie ein Kind zu haben, das so aussah. Bloß nicht. Ich zog die Tür sanft ins Schloss. Sie musste krank sein. Es gab keine andere Erklärung. Zwei Türen blieben übrig. Die eine am hinteren Ende war geschlossen, die andere auf der rechten Seite stand offen, das Badezimmer. Schnell fand ich dort das Jod, reinigte die Wunde und wischte mir danach die Hände ab. Zurück im Gang hatte ich das Stöhnen. Kein Seufzen oder Raunen, sondern wahrhaftiges Stöhnen. Aus Müdigkeit, Angst oder Leid. Ich konnte es nicht genau sagen. Mir kam das kleine Mädchen in den Sinn, aber als es sich wiederholte, wusste ich, dass es von der Tür am hinteren, engen Ende des Ganges kommen musste. Ich lief darauf zu, ohne sonderlich beunruhigt zu sein. Warum auch? Alles schien in Ordnung zu sein. In ein paar Tagen fingen meine ersten Kurse an. Ich würde mir innerhalb der nächsten zwei Minuten ein Taxi rufen und auch sonst wirkte hier im Haus alles völlig normal. Wieso also sollte mir ein bloßes Stöhnen Angst einjagen? Es konnte alles Mögliche dahinter stecken. Als ich das Geräusch ein drittes Mal hörte, klopfte ich darum, einfach gegen die Tür und rief unschuldig, »Ist da drin alles in Ordnung?« Beim vierten Stöhnen ging noch einen Schritt weiter und öffnete, dann öffnete ich langsam die Tür, bereits mit einer Entschuldigung auf den Lippen. Was war ich nur für ein Idiot. Das ging mich doch überhaupt nichts an. Als erstes fiel mir die Wände des Zimmers auf. Unverputzt und widerwärtig grün. Und es gab Blutflecken. Sobald ich das Rot registrierte, wurde mir augenblicklich klar, »Mein Gott, das ist Blut.« »Wer das der Moment, als ich Angst bekam?« »Nein, eigentlich nicht.« Es geschah alles viel zu schnell. Der Raum war völlig leer, keine Möbel, weder ein Bett noch sonst was. Nur eine Glühbirne, die von der Decke hing, und jemand in der Ecke, der mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden lag und ein blaues Shirt und abgewetzte Jeans trug. Und noch mehr Blut, das sich unter seinem Körper ausbreitete. Zu viel davon. Mein Kopf fühlte sich an wie ein Vakuum. Ich sah jemanden, der stöhnend in einer Lache seines eigenen Blutes lag. »Was... was zum Toff ist mit ihnen passiert?« Die Frage kam wie von selbst aus meinem Mund. Endlich hob die Person den Kopf. Der Mann, das Gesicht vollständig mit Blut bedeckt, richtete seinen Blick flehendlich auf mich. Das Stöhnen wandelte sich in Worte. Ich verstand... »Hilf mir...« Das war der Moment, der sich Angst bekam. Sie flutzte meine komplette Seele, die sich zu einem stummen Schrei verkrampfte. »Mach, dass du hier wegkommst.« Ich wirbelte herum, stürzte in den Flur, aber ich rannte nicht. Keine Ahnung warum. Ich bewegte mich einfach nur mit ausholenden Schritten. Trotz meiner Furcht hätte es ein Teil von mir für unvernünftig, blind loszurennen. Vor allem aber hätte ich mir damit selbst eingestanden, dass ich in Gefahr war. Die Treppe schien unendlich weit entfernt zu sein. Und auf einmal hörte ich von unten die Stimme des Mannes. »Du hast ihn nach oben gelassen. Verdammt, was hast du dir nur dabei gedacht?« »Aber... aber du sagtest doch... du sagtest, ich darf rauf. Ich dachte, ich bin davon ausgegangen, wenn du fertig bist, dass... naja, dass keiner mehr da ist.« Schnelle Schritte erklommen die Stufen. Okay, nun wollte ich losrennen, aber da tauchte der Kerl bereits am Ende des Ganges auf. Abruptierte ich an. Einen Moment lang musterten wir uns gegenseitig. Seine freundliche Mine war einem misstrauischen Starren gewichen. Er fragte mich, wo ich herkam. »Aus dem Bad. Ihre Frau sagte, ich könne mir mit Jod...« Zu meinem Erstaunen klang meine Stimme völlig normal. Auch meine Gesichtszüge schien nicht allzu sehr entgleist zu sein, denn er zögerte und schien fast bereit, mir zu glauben. »Warum bist du gerannt?« »Ich bin nicht gerannt?« Diesmal ließ mich meine Stimme im Stich. Der Mann runzelte die Stirn und hielt ein Schiet in den Flur hinter mir. Ihr musste die offene Tür am hinteren Ende aufgefallen sein. »Du hast ihn gesehen, was?« »Wen?« »Wen?« Meine Stimme klang wie eine quietschende Flöte. Die Sache geriet aus dem Ruder. Er nickte und seine Mine verfinsterte sich. »Du hast ihn gesehen.« Plötzlich verlor ich die Nerven. Ich ruderte wild mit den Armen und schrie mit der schrillen Stimme eines Kindes, »Was ist mit ihm passiert?« »Haben Sie ihm das angetan? Warum haben Sie ihm das angetan? Wollen Sie ihn umbringen? Was ist hier los? Sie haben das getan, nicht wahr? Wieso? Er blutet überall. Was? Er? Sie? Was ist mit ihm? Waren Sie das? Sagen Sie schon?« Ich holte kurz Luft und schob entschlossen hinterher. »Ich gehe.« Dann setzte ich mich in Bewegung, tief in meinen Innern, davon überzeugt, dass mich nichts und niemand davon abheilen konnte. Ich glaubte so sehr daran, dass es mich gleichermaßen schockierte und unangenehm berührte, als mich der Mann an den Schultern packte. Ich schrie, dass er mich gehen lassen müsse, und zwar sofort. Ich führte mich auf wie ein Kind, das einen Torpssuchtanfall hatte. Da zuckte seine Faust nach oben, aber ich verstanden es nicht, warum. Zuerst dachte ich albernerweise, er wolle eine Fliege verscheuchen oder so. Eine Sekunde später kassierte ich den ersten Schlag meines Lebens auf die Nase. Und er hatte eine explosive Wirkung. Alles drehte sich von meinen Augen, und meine Sicht verschwamm. Ich geriet ins Taumeln und gestand mir nun endlich ein, dass ich in Gefahr schwebte. Niemand schlug anständige Menschen ohne Vorwarnung, erst recht nicht, wenn diese gerade einen kleinen Fahrradunfall gehabt hatten, einer unverschuldeten, wohlgemerkt, verursacht von einer dämlichen, schwarzen Katze. Ich spürte, wie der Mann mich unter den Arm packte und über den Boden schleifte. Die Kraft, mich zu wehren, hatte ich nicht. Ich hörte, wie eine Tür aufschwang, wurde in einen Raum geworfen und landete auf etwas Weichem. Ein Bett. Ich lag auf dem Rücken und mein Sehvermögen kehrte allmählich zurück. Über mir tauchte ein Gesicht auf. Langgezogen, bleich, verstörend und glotzte mich schamlos an. Das kleine Mädchen. Ich musste in ihrem Zimmer sein. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Mit leiser, brüchiger Stimme bat ich sie, Hilfe zu holen. N, schrie der Mann, raus aus dem Zimmer, los! Das kleine Mädchen rührte sich nicht. Es gelang mir, die Hand nach ihr auszustrecken. Nach wie vor fiel mir das Sprechen schwer. Ich wiederholte, hol Hilfe, bitte. Sie starrte meine Hand für eine Weile an und widmete sich schließlich erneut meinem Gesicht. Zwei riesige, stumpfe Augen, leer, weder überrascht noch mitleidig oder ängstlich. Da war gar nichts. Der Schack darüber ließ mich aufstören. Ich hörte ein Murren, halb wütend, halb angewidert, als das kleine Mädchen von mir weggezogen wurde. Ich schloss die Augen, sammelte meine gesamte Kraft und schaffte es, mich aufrecht hinzusetzen, nur um zu sehen, wie sich die Tür gerade schloss. Nach einigen Sekunden kam ich schwankend auf die Beine. Mir wurde schwarz vor Augen und ich hätte am liebsten gekotzt. Ich taumelte zur Tür und rüttelte am Knopf. Abgeschlossen. Von außen? Ich hämmerte gegen das Holz und verlangte, schreiend sofort hinausgelassen zu werden. Hektisch sah ich mich um. Das Zimmer eines Kindes völlig normal angerichtet. Und doch wirkte es abweisend und freudlos. Ich starrte auf das traurige Ensemble aus eingestaubten Puppen und Spielzeug. Seelenlos. Ich lief ans Fenster und zog die Vorhänge zur Seite. Die Sonne drängte sich in den Raum, machte mich halb blind. Das Fenster ließ sich nicht öffnen. Unmöglich. Ich suchte nach etwas, das ich werfen konnte. Einen Stock oder so. Es gab nur einen kleinen Hochstuhl. Ich schnappte ihn und schmetterte ihn gegen die Scheibe. Mit einem merkwürdigen Geräusch prallte er davon. Ab. Nicht ein einziger Riss auf dem Gleis. Glas. Ich versuchte es noch einmal, schlug zweimal, dreimal, viermal mit voller Wucht zu. Das Fenster zitterte er blieb aber ohne Kratzer. Sicherheitsglas. Für ein paar Sekunden glotzte ich die durchsichtige Fläche einfach nur fassungslos an. Dann drückte ich mein Gesicht dagegen und schrie um Hilfe. Aber draußen gab es nur den verlassenen Hof und die Häuser links davon. Viel zu weit weg, als dass mich jemand hätte sehen können. Dann hörte ich Geräusche. Ich zog mich vom Fenster zurück und lauschte. Eine Tür öffnete sich ganz in der Nähe. Zwar verlos, die am Ende des Gangs mit der schrecklichen, blutbesudelten grünen Wände, in dem der, dieser, schwere Schritte nebenan. Dann ein Geräusch, als kroch jemand über den Boden. Erstickte, verängstigte Schreie. Ein dumpfer Schlag. Noch einer. Stille. Etwas oder jemand wurde an meiner Tür vorbeigeschleift. Die Stimme eines Mannes, atemlos und erregt, erschrie. Mord! Hey, ich hab doch gesagt, dein Spaziergang war zu kurz. Geh nochmal für 20 Minuten mit deiner Tochter raus. Zehn Sekunden später schloss sich unten eine Tür. Der Schleifen am Flur setzte wieder ein, entfernte sich langsam, schritte auf der Treppe und ermahnt von einem unregelmäßigen Dotz, Dotz, Dotz. Sein Kopf, der Kopf des armen Kerls schien auf jede einzelne Stufe zu knallen. Diese Vorstellung ließ mich zur Tür schießen und ich begann erneut zu schreien, flehte ihn an, mich freizulassen. Ich befand mich in einem Stadium totaler Panik. Ich ahnte, dass der Typ mit dem Schnurrbart in Kürze nach oben kam, um mir dieselbe Behandlung zu verpassen. Dann wäre ich es, der durch den Flur geschleift wurde und dessen Kopf gegen die Stufen klatschte. Ich träumte mit beiden Fäusten gegen die Tür und schrie. Schließlich gab ich auf, außer Atem und lauschte. Jemand kam herauf. Ich wich ein paar Schritte zurück, fürchtete mich, die Augen starr auf die Tür gerichtet. Vor zwei Sekunden hatte ich mich danach gesehnt, dass jemand sie öffnete. Jetzt wünschte ich mir genau das Gegenteil. Die Schritte kamen näher, begleitet von einem metallischen Quietschen, als ob etwas gerollt wurde. Das Geräusch zog an meiner Tür vorbei und veräppte. Sicher war es jetzt in dem schrecklichen grünen Raum verschwunden. Ich presste mein Ohr gegen die angrenzende Wand. Er stickte lauter. Ein klatschendes, nasses Geräusch. Er wischte den Boden. Entfernte das Blut. Ich hatte das Gefühl, mich übergeben zu müssen. Benommen ließ ich mich auf das Bett fallen. Nach einigen Minuten erklang wieder das metallische Quietschen im Flur und verschwand über die Stufen nach unten. Der Mann kam sicher bald zurück. Kam zurück. Öffnete die Tür, lachte mich aus und erklärte mir alles. Weil es sich um ein Missverständnis handelte. Ganz offensichtlich. Mein netter Ausflug mit dem Rad konnte doch nicht so enden. Ausgeschlossen. Ja, das Wort passt da. Ausgeschlossen. Ein Missverständnis. Ein Schlüssel drehte sich im Schloss. Ich sprang auf die Füße und wartete in der Mitte des Zimmers, den Blick beschwörend auf den Türknopf. Der Mann erhielt irgendeine Waffe auf Hüfthöhe. Ich kenne mich mit Knarren nicht aus. Es sah jedenfalls aus wie eine Art Jagdgewehr. Der Lauf zierte direkt auf mich. Von diesem Moment an ließ ich das Ding nicht mehr aus den Augen. Raus, forderte er. Ich zögerte. Wie meinte er das? Raus aus dem Zimmer? Raus aus dem Haus? Abhauen? Ich näherte mich der Tür. Er trat zur Seite, um mich vorbeizulassen. Ich fand mich im Flur wieder. Da rein. Er meinte den grünen Raum. Es war also doch kein Missverständnis. Ich rührte mich nicht. Er wiederholte die Anweisung mit einem Anflug von Ungeduld in der Stimme. Meine Augen klebten an der Mündung seines Gewehrs. Es hätte mich kaum gewundert, wenn eine Schlange oder eine andere widerwärtige Kreatur daraus hervorgekrochen wäre. Ich wich zurück. Auf keinen Fall wollte ich der Waffe den Rücken zukehren. Wir näherten uns dem grüßen, grünen Raum, gingen hinein. Keine Spur mehr von dem Sterbenden. Auch kein Blut. Völlige Leere. Mein Rücken stieß gegen die Wand. Ich musste stehen bleiben. Der Mann wartete reglos vor mir und hatte mich nach wie vor im Visier. Ich hörte, wie er seufzte. Dann sagte er lediglich, Okay. Ich fing an zu heulen. Es wurde zu viel für mich. Kein lautes Schmerz erfüllter Schluchzen. Lediglich große Tränen, die aus meinen Augen flossen und von schwachen Stöhnen untermalt wurden, war. Ich musste sterben. Ich wusste es. Er wollte mich töten. Und ich würde nie erfahren, warum. Das empfand ich mit einem Mal noch schlimmer und grauenvoller als den Tod selbst. Meine Beine schlotterten und drohten nachzugeben, als er plötzlich fragte, Was soll ich nur mit dir anstellen? Dürfte ich es wagen zu hoffen? Ich sah ihm in die Augen. Er wirkte weder verrückt noch wütend. Nicht mal gefährlich. Wenn man davon absah, dass er eine Waffe auf mich richtete. Er machte eher einen genervten Eindruck. Er hielt das Gewehr in der einen Hand und strich sich mit der anderen über die Enden, seine Schnurrbart, während er mich verwirrt anblinzelte. Bizarreweise wirkte er, als sei gerade auf einer langweiligen Party gelandet und überlegte, wie er sich vorzeitig davonstehen konnte. Dass ich augenblicklich aufhörte zu weinen. Ach so. Das passte alles nicht zusammen und verwirrte mich dermaßen, dass ich augenblicklich aufhörte zu weinen. Er lachte amüsiert und kumpelhaft wie schon vorhin. Du hast auch keine Idee, oder? Er kicherte an sich hinein. Nicht zu glauben, der Kerbe drohte mich mit einer Waffe und fand das auch noch komisch. Stiefen flehte ich ihn an, mich nicht zu töten. Meine Aussage schien ihn aus dem Konzept zu bringen und versicherte mir, er habe nicht die Absicht, mich umzubringen. Erneut strömten Tränen über mein Gesicht, diesmal für Erleichterung. Du dachtest, ich will dich töten? fragte er offenbar ehrlich schockiert. Wie kommst du denn darauf? Wie sollte ich das beantworten? Er hatte mich halbbewusst ausgeschlagen, mir mit einer Waffe gedroht und wusste nicht, wieso mir solche Gedanken durch den Kopf schossen. Selbst wenn ich es ihm erklärte, verstand er es wahrscheinlich nicht. Er schien überhaupt nicht zu kapieren, was sie gerade abging, was wirklich abging. Ich gestand mir endlich die Möglichkeit ein, dass dieser Mann verrückt war, ernsthaft geistesgestört. Aber konnte das sein? Konnte es sein, dass ein komplett Verrückter, der nicht richtig tickte, ganz normal mit seiner Familie in einem Haus lebte? Ich musste an die Frau denken und an das kleine Mädchen. Komm schon, Junge, ich bring dich nicht um. Natürlich nicht, schlagte diese alberne Idee aus dem Kopf. Jetzt flennte ich wirklich. Das Wissen, das ich weiterleben durfte, brachte mich vollends aus dem Gleichgewicht. Der Anblick von dem Kerl und dem ganzen Blut, also der Anblick von dem Kerl und dem ganzen Blut drumherum hat ja ziemlich zugesetzt, ne? Ein Mann, rote Flecken, meine Waffe, klar, klar, das verstehe ich. Unten öffnete sich eine Tür. Er reagierte überhaupt nicht darauf. Ich traute mich, etwas zu sagen. Meine Stimme zitterte immer noch, aber ohne großartig nachzudenken, wollte ich nach... Dieser andere, ist er tot? Er wurde wieder ernst und musterte mich eingehend. Ich wartete auf seine Antwort. Wenn er es bestätigte, wäre ich sofort wieder hysterisch geworden. Aber er tat etwas, was ich noch schlimmer fand. Er ignorierte meine Frage völlig. Ich werde dich nicht töten, weil du nichts Falsches getan hast. Im Prinzip hast du aber nur etwas gesehen, das du nicht hättest sehen sollen und dafür kannst du schließlich nichts. Er schenkte mir ein freundliches Lächeln, als wolle er seinen guten Willen demonstrieren. Ich hatte noch nie einen Menschen erlebt, dass ein Gesichtsausdruck sich so schnell veränderte, mit derart schwankenden Gefühlsregungen. Das verstörte mich dermaßen, dass ich meine Angst fast vergaß. Fast. Ey, ist nicht deine Schuld, Junge, ehrlich. Nein, gab ich zögerlich zurück. Ganz und gar nicht meine Schuld. Er nickte und schob mit ernster Stimme nach. Man muss gerecht sein. Immer. Möglicherweise hatte er den Bezug zur Realität doch nicht ganz verloren. Ich gewann den Eindruck, dass er mein Missgeschick nachvollziehen könne und erkannte, dass ich nichts für dieses Chaos konnte. Nach kurzem Schweigen ergänzte er, aber ich kann dich trotzdem nicht gehen lassen. Er seufzte. Du hast zu viel gesehen. Eigentlich fast nichts, aber genug, um mich in Schwierigkeiten zu bringen. Du hättest nichts Besseres zu tun, als zur Polizei zu rennen und denen zu erzählen, dass du einen halbtoten Mann in diesem ruhigen kleinen Haus gesehen hast. Ich widersprach. Wie er denn auf so eine Idee komme? Wenn er mich gehen ließe, wäre ich so erleichtert, dass ich niemandem etwas verraten würde. Und als ich das behauptete, log ich nicht mal. Die Idee, die Polizei zu verständigen, war mir bis zu diesem Moment noch gar nicht gekommen. Ich glaube dir, sagte er mit sanfter Stimme. In diesem Augenblick meinst du das, was du sagst, vermutlich ernst, aber später, wenn du wieder zu Hause bist und dich erstmal beruhigt hast, nun, dann wirst du wieder ins Grübeln kommen und... Er tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn und wurde unvermittelt ernst. Dein Gewissen als braver Bürger wird dir einreden, dass du einen gefährlichen Burschen wie mich nicht frei herumlaufen lassen darfst. Das denkst du doch über mich, oder? Dass ich gefährlich bin. Nach allem, was du mit mir... was du mit angesehen hast, bist du überzeugt, dass ich ein gefährlicher Mann bin, stimmt's? Seine Stimme wurde zunehmend lauter und er umklammerte seine Waffe fester. Sein Zorn jagte mir Angst ein. Ich versicherte ihm noch einmal nichts zu verraten, weil ich ohnehin rein gar nichts über ihn wusste, ihn ja nicht einmal kannte. Ich ratterte alles herunter, was mir einfiel, um ihn zu überzeugen, aber seine Stimme wurde noch lauter. Er verzog den Mund und trat zwei Schritte auf mich zu. Verarsch mich nicht. Ich kann Menschen einschätzen, weißt du? Ich kenne Leute wie dich. Du erhaschst ein winziges Detail aus dem Zusammenhang gerissen, aber das genügt dir. Du verurteilst mich deswegen. Ein halbtoter Mann in meinem Haus muss zwangsläufig bedeuten, dass ich kriminell bin, hä? Das denkt ihr doch alle. Inzwischen brüllte er, die Pupillen vor Wut geweihtet. Das Gewehr zitterte in seinen Händen. Ich presste mich gegen die Wand und hoffte, als hoffte ich, mit dem Putz verschmelzen zu können. Nun, du hast keine Ahnung, schrie er. Du weißt überhaupt nichts und hast keinen blassen Schimmer. Nichts weißt du! Endlich verstummte er, offenkundig außer Atem. Versteinert von seiner explosiven Reaktion, starrte ich den schwankenden Griff der Waffe an. Auf einmal schloss er die Augen, zog eine Grimasse und schlug sie selbst mit der rechten Handfläche gegen die Schläfer. Für einige Sekunden stand er einfach nur da, so als wartete er darauf, dass ein akuter Migräneabfall abäppte. Während dieser kurzen Unterbrechung drängten sich leise Stimmen in mein Bewusstsein. Sie kamen von unten aus der Küche. Töpfe und Pfannen, Stühle, die verrückt wurden, ganz normale Geräusche. Der Kerl tobte hier wie ein Berserker und unten lief die ganz normale Alltagsroutine ab, als ob, als ob... Sein Gesicht entspannte sich und er schlug die Augen auf, spürbar erleichtert. Seine Stirn waren noch ein wenig gerötet und glänzte vor Schweiß, aber sein Blick wirkte gelassen. Jawohl, gelassen. Er bedachte mich sogar mit einem kleinen, bedauernden Lächeln. Derselbe Mann, der noch vor zehn Sekunden den Eindruck gemacht hatte, mich lieber nicht auffressen zu wollen. Jedenfalls, verkündete er mit einer wagen Handbewegung, bin ich sicher, dass du verstehst, was ich meine. Es gab keinen Zweifel mehr. Ich hatte einen Verrückten vor mir. Ich wiederholte, dass ich niemandem etwas verraten würde. Ich beschwor ihn, mich gehen zu lassen, aber er lehnte ab. Das sei zu riskant. Er erklärte es mir mit trauriger Miene. Ja, traurig. Scheiße, welche menschliche Regung hatte mir dieses Chamäleon-Fratze denn noch nicht präsentiert. Ich hörte auf zu weinen und verspürte unvermittelt Wut. Was haben sie mit mir vor? Wenn sie mich nicht töten, aber auch nicht gehen lassen, was dann? Er seufzte und kratzte sich am Kopf wie jemand, der sich mit einem lästigen kleinen Alltagsproblem herumschlägt. Er raff das wirklich nicht. Er erfasste weder die Tragweite noch die Krassheit dieser Situation. Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal stellte ich mir die Frage, warum ich beschlossen hatte, mit meinem Fahrrad ausgerechnet in diese Straße einzubiegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er kratzte sich nachdenklich am Schnurrbart, ehe er einen entschlossenen Tonfall mitteilte, er wolle sich darüber Gedanken machen. Mit diesen Worten huschte er zur Tür und ignorierte mich dabei völlig. Bevor er sie schloss, erntete ich noch einmal eines seiner aufmunternden Lächeln. Ich hatte wieder Schlüssel umgedreht wurde, was mich dennoch nicht davon abhielt, hinzugehen und am Knauf zu rütteln. Abgeschlossen. Natürlich. Noch ein Raum, den man von außen abschließen konnte. Denn dieses unzerstörbare Fenster im Kinderzimmer des Mädchens... Ich befand mich nicht in einem normalen Haus, sondern in einem Gefängnis. Mir fehlte die Kraft, um zu schreien oder gegen die Tür zu trommeln. Ich hatte nicht mehr genug Adrenalin im Körper, um mich zu wehren. Also ließ ich mich in die erstbeste Ecke sinken und beschloss zu warten. Ein Satz ging mir in Enddurchschleife durch den Kopf. Alles wird gut. Alles wird gut. Etwa eine Stunde blieb ich so sitzen, dann... Aber jetzt muss ich erst mal eine kleine Pause einlegen. Ich habe seit etlichen Stunden ohne Unterbrechung geschrieben. Mir fällt langsam die Hand ab. Eine kleine Auszeit, nur ein paar Minuten. Danach erzähle ich, was anschließend passiert ist. Ich will es zu Ende bringen, bevor sie zurückkommen. Es fällt mir schwer, die Zeit ohne Uhr im Blick zu behalten. Ich schätze mal, es ist jetzt etwa 17 Uhr. Vielleicht auch ein wenig später. Ich habe vor etwa zehn Minuten mit dem Schreiben aufgehört und meine Hand hat sich wieder beruhigt. Also dann... Nach etwa einer Stunde, die ich untätig in der Ecke hockte, hörte ich schließlich, wie die Tür aufgeschlossen wurde. Diesmal öffnete nicht der Mann die Tür, sondern eine junge Frau, etwa 18 Jahre alt. Sie steckte ihren Kopf herein. Als sie mich sah, weiteten sich ihre Augen vor Überraschung. Na sowas? Es stimmt also wirklich? sagte sie amüsiert. Ihre Stimme klang ein wenig nasal. Sie kam herein, machte ein paar Schritte und blieb mit verschränkten Armen stehen. Sie legte den Kopf leicht schräg und musterte mich unverblümt von oben bis unten. Ich sprang auf die Beine, wusste nicht recht, was ich davon halten sollte. Sie war relativ groß und mager. Ihre langen, blonden Haare, fast schon mit einem Stich ins Gelbliche, machten einen widerspenstigen Eindruck. Mit der zu langen Nase und den recht harten Gesichtszügen entsprach sie nicht dem klassischen Schönheitsideal, aber die dunklen Augen und vollen Lippen verliehen ihr ein attraktives, sinnliches Aussehen. Ihr einziges Make-up bestand aus schlichtem schwarzen Eyeliner. Sie trug keinen schlabbrigen roten Wollpulli und schwarze Leggings. Irgendwie beeindruckte sie mich. Sie mochte auf den ersten Blick nichts Besonderes sein, aber ich bin mir dennoch sicher, dass sie aus einer Menschenmenge hervorgestochen wäre. Sie umkreiste mich, als wolle sie mich aus allen Blickwinkeln erfassen, bewegte sich mit einer merkwürdigen Anmut, nicht sonderlich feminin, sondern eher wie ein Raubtier. Ja, so lässt es sich beschreiben. Dieses Mädchen war nicht außergewöhnlich hübsch, aber sie verbreitete einen verstörenden Charme, eine Mischung aus Härte und Sinnlichkeit, wie ein wildes Tier. Das wirkte nicht nur sexy, sondern auch charmant, geheimnisvoll, intelligent und gefährlich. Sie lächelte mysteriös. Hättest du für deine Ratte mal lieber eine andere Strecke ausgesucht? Ihr Tonweigel fiel mir nicht. Der Mann hatte sich zumindest Mühe gegeben, mich zu beruhigen und aufzumuntern. Sie machte sich über mich lustig. Sie schien nicht zu wissen, was ihr vor sich ging. Einenfalls hätte sie sich wohl kaum darüber so amüsiert. Kurz überlegte ich, sie zur Seite zu drängen und abzuhauen, aber dann rötzte sich im Erdgeschoss etwas. Die Vorstellung, dass der Mann dort mit seinem Gewehr auf mich wartete, gab mir den Rest. Dieses Mädchen konnte mir sicherlich helfen, also fragte ich, wer sie war. Endlich blieb sie stehen. Der Schatten eines Lichtchens blieb auf ihren Lippen zurück. Der Teenager im Haus, die Älteste, die große Schwester. Sie hatte vermutlich Semesterferien und wusste gar nicht, dass es sich bei ihrem Vater um einen Irren, einen Geistesgestörten handelte. Meine Anwesenheit schien sie trotzdem nicht im Geringsten zu verwundern. Ich senkte meine Stimme und erklärte ihr hastig das Wichtigste. Ich weiß nicht, was dein Vater dir erzählt hat, aber er hält mich gegen meinen Willen hier fest, verstehst du? Er hat mich sogar mit deinem Gewehr bedroht. Er hat mich eingeschlossen, weil ich... Ich habe einen Mann gesehen. Er war verletzt und er... Ich hielt den Mund, als mich ihr amüsierter Blick streifte. Sie schien mich wirklich nicht ernst zu nehmen. Zu dumm. Die Tür stand offen, direkt vor mir. Es war zu verlockend. Ich setzte mich in Bewegung, aber das Mädchen verstellte mir den Weg. Sie starrte mich durchdringend an, diesmal ohne zu lächeln. Da wusste ich, sie stand auf der Seite ihres Vaters. Aber was mochte er ihr für eine Geschichte aufgetischt haben? Ich streckte mich, strengte mich an, bedrohlich auf dieses Mädchen zu wirken, das mindestens fünf Jahre jünger sein musste als ich und forderte sie kühl auf, zur Seite zu treten, weil sie sich sonst auf etwas gefasst machen könnte. Sie brach ein schalendes Gelächter aus. Und ich hätte geglaubt, sie zu beeindrucken. Zu dumm. Sie hat es so gewollt. Gerade als ich sie an den Schultern packen und wegstoßen wollte, hörte ich Schritte im Gang, die von einer mittleren, mittlerweile vertrauten Stimme begleitet wurden. Michelle! Michelle, verdammt! Was machst du denn da? Dann zingt tief, wich ich zwei Schritte zurück, starr vor uns setzen. Der Mann kam ins Zimmer und baute sich neben seiner Tochter auf. Er hielt noch immer sein dämliches Gewehr in der Hand und betrachtete das Mädchen verärgert. Er schimpfte mit ihr. Sie sei stur und ignoriere seine Befehle. Sie zuckte kleinlaut mit den Schultern. Der Schlüssel! Wo ist der Schlüssel? Wurde er wissen. Sie zeigte zum Schloss, an dem ein Schlüsselbund hing. Nichts wie hin. Ich schoss schnell wie der Blitz nach vorn, aber der Typ hob seine Waffe und ich hielt so abrupt inne, dass ich das Gleichgewicht verlor. Einmal mehr redete ich mir ein, dass mich insammeine Rettung. Was haben Sie Ihrer Tochter erzählt? Dass Sie mich hier gefangen halten, weil ich probiert habe, sie zu beklauen? Weil ich kriminell bin? Sagen Sie ihr die Wahrheit! Sagen Sie ihr, dass ich in Wahrheit einen halbtoten Mann gesehen habe, den Sie inzwischen höchstwahrscheinlich erledigt haben! Sagen Sie es ihr! Sagen Sie ihr, dass Sie ein Verrückter sind! Ein gefährlicher Irrer! Das Mädchen lachte erneut und meinte amüsiert, Hey, Papa, das dürfte dir gar nicht gefallen, dass er so viel weiß! Er spießte sie mit einem Blick förmlich auf und sie hielt die Klappe. Sie wusste es. Sie wusste, was hier ablief. Die Erkenntnis ließ mich nach hinten taumeln. Ich wich vor ihnen zurück, als stünden zwei Aussätzige vor mir. Hätten Sie mich in diesem Moment berührt, ich wäre vor Abscheu wahrscheinlich ohnmächtig geworden. Der Vater forderte seine Tochter auf, nach unten zu gehen. Nach einem wütenden Blick in meine Richtung folgte sie seiner Aufforderung. Der Kerl starrte mich lange Sekunden an. Langsam senkte er sein Gewehr, wirkte dabei aber so bedrohlich, als ob er sich fragte, wo er mir als erstes eine verpassen sollte. Er würde mich gleich angreifen, das ahnte ich. Ich atmete schneller, lehnte mich leicht vor und wartete auf die unvermeidliche Attacke. Ich hatte mich noch nie mit jemandem geprügelt. Was sollte ich tun? Mit einem Mal schienen sich die Muskeln des Mannes zu entspannen. Er öffnete den Mund und betrachtete mich mit wachsamem Auge, sprach ganz langsam und betonte jedes einzelne Wort. Nenn mich nie wieder verrückt. Danach verließ er den Raum. Er zog die Tür zu und schloss natürlich ab. Seltsamerweise fühlte ich mich in der Sekunde nicht nur verzweifelt, sondern auch irgendwie entmutigt. Ich pirschte durch den Raum. Wie lange mochte ich hin- und hergelaufen sein? In zehn Minuten, eine Viertelstunde? Länger? In meinem Kopf herrschte totales Durcheinander. Aber nach und nach schelten sich einzelne Eindrücke aus dem Chaos. Der Mann hielt mich in seinem Haus gefangen. Seine Tochter wusste es und fand es offenbar saukomisch. Seine Frau kuschte und hatte Angst. Das kleine Mädchen schwieg, blass und ausdruckslos. Also, als habe mir die Wahrheit einen Schlag verpasst, hielt ich mitten in der Bewegung inne. Die ganze Familie tickte nicht richtig. Nicht nur der Vater, sondern alle. Ich lachte. Mir fiel ein Horrorfilm ein, den ich vor ein paar Jahren gesehen hatte. Die Fortsetzung von Blutgericht in Texas. Darin ging es um einen völlig gestörten Clan, der unschuldige Menschen einfing und wie Schweinehälften an Haken aufhängte. Ich wehrte vor Lachen. Ich hielt mir den Bauch, viel auf den Boden, rollte auf die Seite und konnte gar nicht mehr aufhören. Mann, war das bescheuert. Ein Geräusch im Flur. Etwas Schweres wurde durch die Gegend geschleift. Meine Belustigung löste sich augenblicklich in Luft auf. Ich ging auf die Knie und wartete, was als nächstes kam. Der Schlüssel im Schloss drehte sich. Ich sprang auf. Der Mann zählte beim Reinkommen mit seinem verfickten Gewehr auf mich. Seine ältere Tochter folgte ihm und zog angestrengt etwas hinter sich her. Eine Matratze. Alt, fleckig, aber definitiv eine Matratze. Sie zerrte sie gegen die hintere Wand und ließ sie mit einem erleichterten Laut fallen. Oh, verdammte Scheiße, ist das Teil schwer! Murmelte sie und blies sich eine blonde Haarsträhne aus der Stirn. Ihr Vater forderte sie wütend auf, nicht so ordinär zu fluchen. Ich betrachtete die Matratze einen Moment lang, wandte mich dann an den Mann und fragte, was das so bedeuten habe. Er zuckte mit den Achseln verunsichert. Er ziehte mit der Waffe auf mich, wirkte dabei aber, als mache ihm die Situation seltsam zu schaffen. Irgendwie Serial. Nun, solange du hier bist, sollst du es gemütlich haben. Gemütlich? Ich trat auf ihn zu. Und wie lang genau? Wollen sie mich festhalten? Der Lauf des Gewehrs zuckte ein wenig hoch und ich stoppte. Seine ernste, bedrohliche Miene kehrte zurück. Einmal mehr brachte mich sein Talent spontan von einer Emotion zur nächsten zu wechseln aus dem Konzept. Ganz ruhig, Junge. Es ist alles nicht so ernst, wie du glaubst. Wie gern hätte ich darüber gelacht, hätte, aber der Anblick des Gewehrs löste mein Selbstbewusstsein in Luft auf. Ein flüchtiger, flehender Blick von mir traf das Mädchen, das mit verschränkten Armen dastand und die Schuhe mit deutlicher Belustigung verfolgte. Mir fehlte die Fantasie, was daran so lustig sein mochte, wenn ihr Vater einen Fremden mit einer Knarre bedrohte. Als ob er auch die Amüsiertheit seiner Tochter als unpassend empfand, forderte er sie mit kühler Stimme auf, zurück nach unten zu gehen. Wie eine Katze glitt sie aus dem Raum, ließ mich dabei die ganze Zeit über nicht aus den Augen. Der Mann ließ die Waffe sinken. Das freundliche, versöhnliche Lächeln kehrte wieder zurück. Wie heißt du? Ich starrte ihn für eine Sekunde an, ohne zu antworten, sagte mir dann aber, dass es gefährlich sein könne, ihn zu verärgern. Yannick, Yannick Berube, mein Vater ist Polizist. Eine Lüge. Mein Vater ist Buchhalter und sammelt Manschettenknöpfe. Mein Bluff steht ihm mal, nicht aus dem Konzept zu bringen. Vielmehr nickte er, als wolle er meinen Namen absegnen. Ich heiße Jacques Beaulieu. Im Gegensatz zu ihm nickte ich nicht. Der Name kam mir für einen Verrückten zu gewöhnlich vor. Ein unersprechlicher Nachname mit jeder Menge X und Y hätte irgendwie besser zu ihm gepasst. Jacques Beaulieu. Auf verstörende Weise viel zu normal. Er fragte mich, wie alt ich sei. Viel zu schnell antwortete ich, 23. Hätte ich mich doch nur ein bisschen älter gemacht. Genauso alt wie Mord, als ich sie geheiratet habe. Beaulieu lächelte wehmütig. Sie hat mir zu viel zugetraut damals. Für einen Moment existierte ich für ihn gar nicht mehr. Ich überlegte schon, ob ich die Gelegenheit nutzen sollte, um ihn anzugreifen. Da kehrte er in die Realität zurück. Hör zu, Junge. Wir wollten geradezu Abend essen. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Teller nach oben bringen. Keine Ahnung, wie ich in diesem Moment aussah. Offenbar nicht sehr begeistert, denn er erwiderte schroff. Okay, dann vielleicht morgen. Dann ging er. Ich starrte die geschlossene Tür an und schleuderte mich dagegen, ohne lange darüber nachzudenken. Ein neuerlicher Anfall von Hysterie, Schreien und Fluchen, Betteln und Trommeln, Kratzen und Drohnen. Nach einer gefühlten Ewigkeit sagte ich erschöpft zu Boten, krabbelte zur Matratze und warf mich wimmernd darauf. Gedanken wirbelten in meinem Kopf herum. Ich dachte an meine Eltern in Drümorville, die sich so sehr gefreut hatten, dass ich nach jahrelanger Suche nach mir selbst endlich beschlossen hatte, mein Studium fortzusetzen. Herrn Judith, die ich an diesem Abend anrufen sollte, die versuchen würde, mich zu erreichen, auch morgen früh wieder und am nächsten Abend. Verwirrt würde sie sich mit meinen Eltern in Verbindung setzen, die aber ebenfalls nichts von mir gehört hatten. Wie lange sie wohl versuchen würden, mich zu erreichen? Zwei Tage? Drei? Irgendwann machten sie sich bestimmt Sorgen und riefen im Literaturinstitut an, spätestens am Montag. Wenn sie erfuhren, dass ich nicht zu meinem ersten Kurs erschienen war, brach sicherlich Panik bei ihnen aus. Ich sah vor mir, wie meine Eltern herkamen und den Vermieter mit Fragen löcherten. Judith wäre einfach nur wütend auf alles und jeden. Meine Mutter würde ohne Pausen heulen, während mein Vater den starken Mann markierte, obwohl er innerlich ebenfalls am Ende war. Im nächsten Schritt würde die Polizei von Monchalz eine Erfahndung einleiten. Aber wir wollten sie einen jungen Fremden ausfindig machen, der kaum zwei Tage in der Stadt gelebt hatte und hier niemanden kannte. Wer hätte den schon auf seinem Fahrrad bemerkt? Wer? Einer von zwei oder drei Nachbarn, die gerade ihren Rasen mähten? Natürlich nicht. Dutzende junger Leute fuhren jeden Tag auf dem Rad an ihnen vorbei. Niemand hatte mich bemerkt. Spätestens in einer Woche landete ich auf der offiziellen Vermisstenliste der lokalen Polizei. Und wo befand ich mich in einer Woche? Immer noch hier? Woanders? Lebte ich dann überhaupt noch? Ich dachte an den anderen Typen, den Sterbenden aus dem grünen Raum, der jetzt meiner war. Ich drückte meinen Kopf gegen die Matratze und schrie. So lang, dass ich in dieser Haltung eingeschlafen sein musste. Mein Handgelenk tut weh. Es fühlt sich an, als sei es gebrochen. Unglaublich, dass ich in einem von drei Stunden so viel geschrieben habe. Ich bin erschöpft, aber ich will nicht aufhören. Ich will alles erzählen, was bis heute passiert ist. Boulieu sagt, sie kommen heute erst später nach Hause. Das sollte ich ausnutzen. Nur eine kurze Pause, dann mache ich weiter. Ja, aber ich mache nicht weiter. War an der Stelle die Leseprobe endet. Solltet ihr euch irgendwann mal bei Fester was holen, schreibt denen ruhig, dass ihr von mir kommt. Da freuen die sich und ich freue mich, wenn die mir das schreiben, dass sie sich freuen. Das ist übrigens der erste Roman von diesem Autor gewesen. Es gibt mittlerweile noch ein anderes Buch von ihm, das erschienen ist. Sieben Tage der Rache. Ich bin der Meinung, dass es auch verfilmt wurde. Und da habe ich die Verfilmung tatsächlich gesehen. Seven Days oder so hieß das. Das ist ein Typ, der ist mit dem, ich glaube, es war der Mörder seiner Tochter, alleine. Der hat den geschnappt und dann einfach mal in seinen Keller gesperrt. Und der Film geht eigentlich nur darum, was er dann alles an diesem Mörder macht. Oder Vergewaltiger. Auf jeden Fall hat er irgendwas Schlimmes mit einem kleinen Kind angestellt und der Vater ist dann alleine mit dem Täter. Halt eine Woche lang. Und ja, darum geht es im Film. Recht blutig. Und dieses Buch hier, Das Haus des Wahnsinns, wurde auch, wie gesagt, verfilmt. War sein Debütroman. Und ich will mir auf jeden Fall einen Film angucken. Und meine persönliche Meinung ist, dass das Buch wahnsinnig gut geschrieben ist. Es ist halt so mega abgefuckt und ich will so gern wissen, wie es weitergeht. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Was denkt ihr darüber? Monster. Ein Buch aus der Fester Extrem-Reihe. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen, das ist Werbung, Herr YouTube. Fester Extrem sind Bücher, die zu hart für den normalen Buchmarkt sind. Das bedeutet, dass diese Bücher nur auf Fester zu kaufen sind und sonst nirgendwo. Also ihr kriegt sie halt wirklich nirgendwo. Die haben keine ISBN. Sie sind ein Privatdruck. Diese Bücher sind sehr oft sehr blutig, grausam, überschreiten Grenzen. Doch auch diese Literatur hat einen Anspruch an sich selbst und diese Bücher bekommt ihr erst, wenn ihr 18. Jahrhalt seid. Den Ausschnitt, den ich euch vorlese, der ist okay. Der braucht ihr keine Angst haben. Der ist nicht ganz so blutig. Das ist ein Buch, das die Spannung aufbaut und es wird erst im Laufe des Buches klar, ob was für eine Form der Grausamkeit der Inhalt beruht. Ich will nicht zu viel spoilern. Ich habe schon selbst ein bisschen da aus der Rezension rauslesen können, worum es da geht und was da wirklich passiert und es klingt super spannend. Der Klappentext. Andrew durfte nie ein normales Kind sein, denn sein Schicksal wurde bereits im Mutterleib besiegelt. Jetzt ist er ein blutgieriges Monster und versteckt sein Gesicht unter einer Maske verwesener Haut. Doch Andrew ist nicht das wahre Monster dieser Geschichte. Und wer das wahre Monster ist, das erfahrt ihr, wenn ihr es liest, aber ich werde euch trotzdem jetzt schon einen kleinen Teil vorlesen. Prolog Riesige, ungeschickte Finger fuhr mitten an einer kleinen silbernen Kurbel herum. Sie war in einer Box befestigt, die in einer schwitzigen Handfläche lag. Die riesenhafte Gestalt, beinahe vollständig eingenommen von der Dunkelheit, saß auf einem wackeligen Stuhl in der Ecke des Raums und rutschte aufgeregt hin und her. Sie schaukelte von einer zur anderen Seite. Ein keuchendes Lachen platzte aus ihren deformierten Lippen, die hinter einer Maske aus stinkendem Fleisch versteckt waren. Mit jeder Umdrehung der Kurbel erklang ein Teil von Ring Around the Roses und übertönte das Geräusch des Wassers, das durch die Risse in der feuchten Betondecke des alten Gebäudes tropfte. Ein Klicken drang aus dem Innern der dreckigen Box. Der Decke öffnete sich und eine abgetrennte verrottete Hand, die an einer Feder befestigt war, sprang heraus. Die Gestalt streckte auf, greischte angsterfüllt und schmetterte die Box an die Wand der gegenüberliegenden Ecke des Zimmers. Aus einem anderen Raum am entgegengesetzten Ende des dunklen verdreckten Korridors ertönte ebenfalls ein Schrei. Hallo? rief ich. Ich wusste, dass ich nicht allein war. Irgendwo innerhalb des Gebäudes konnte ich sie schreien hören. Hallo? Die Schreie konnten darauf hinweisen, dass auch sie gegen ihren Willen festgehalten wurden. So wie ich. Vielleicht waren sie auch mit Handschellen an einem Rohr an der Wand gefesselt. Es würde Sinn ergeben, erklären, warum sie nicht zu mir kamen, sondern nur riefen und mich wissen lassen, dass sie mich gehört hatten, mich wissen ließen, dass ich nicht allein war. Wie bin ich hier gelandet? Ich erinnerte mich nur noch daran, die Bar verlassen zu haben. War ich ohnmächtig geworden? Nein, das konnte nicht sein. Ich war zwar betrunken gewesen, aber nicht mehr als sonst. Ich hatte definitiv schon einmal mehr getrunken, wenn überhaupt war dieser Abend, ist es überhaupt derselbe Abend? Wie viel Zeit ist ergangen, seit ich ohnmächtig geworden und hier aufgewacht bin? Ich schrie erneut. Kann mich jemand hören? Ich hatte eine Tür zu knallen. Hallo? Bitte, ich brauche Ihre Hilfe. Hallo? Wenn eine Tür zu knallte, bedeutete das, dass sie nicht wie ich gefangen waren. Es bedeutete, dass sie sich bewegten. Sie waren draußen, frei. Und ich war hier gefangen. Sie könnten mir helfen. Sie mussten mir helfen. Hallo? schrie ich wieder lauter als sie zuvor. Ich hielt inne, hoffte jemanden zu hören, der mir antwortete, hoffte jemanden zu hören, der mir sagte, dass sie mich hörten. Ich nicht nicht durchdrehen sollte und sie auf dem Weg waren. Niemand antwortete. ich bin allein. Fuck. Ich sah mich um, sehnte mich danach, einen Ausweg zu finden. Doch ich hatte bereits so viel Zeit damit verschwendet, nach einem Ausweg zu suchen und wusste, dass es keinen gab. Jedenfalls keinen, der einen Schlüssel beinhaltete, mit dem ich diese verdammten Handschellen von meinen gequenchten Handgelenken abbekam. Der Raum war so gut wie leer. Betonboten, Säulen aus Metall, die die instabil aus seiner Decke hielten, ein Loch in den Dielen über mir, rostige Rohre an den Wänden, einige dröhnten und schepperten, keine Ahnung wieso. In der Mitte des Raumes lag ein kaputter Stuhl. Eines der Beine war abgebrochen. Und das war's. Nichts, was mir aus der Klemme helfen konnte. Ich schrie erneu, nicht, um mich aufmerksam zu machen, sondern aus Frust. Irgendjemand in einem der anderen Räume dieses gottverlassenen Gebäudes imitierte meine Schreie, als wollte er mich verhöhnen. Ryan, Kapitel 1 Bist du noch dran? fragte Gemma am anderen Ende der Leitung. Ryan drückte sich das Telefon ans Ohr. Er nickte, er merkte jedoch, dass er auch sprechen musste. Ein Kopfnicken war über das Telefon nichts wert. Ja. Alles okay? Er schwieg erneut, saß einfach nur da, starrte an die Wand gegenüber seinem unordentlichen Schreibtisch. Die Uhr an der Wand war stehen geblieben. Der Sekundenzeiger bewegte sich nicht, die Zeit stand still. Ryan musterte die Uhr und fragte sich, ob es eine Möglichkeit gab, sie auf eine Zeit vor diesem Telefonat zurückzudrehen. Auf eine Zeit, bevor er den Anruf entgegengenommen hatte. Ryan? Gemma klang nervös. Nicht, dass Ryan das mitbekam. Außer der stehen gebliebenen Uhr an der Wand hatte er sehr wenig mitbekommen, seit sie telefonierten. Bitte rede mit mir, fuhr Gemma fort. Tut mir leid, sagte er. Du hast mich ganz schön überrumpelt. Ryan und Gemma waren seit drei Monaten zusammen. Abgesehen davon, wie sie sich ursprünglich kennengelernt hatten, hatten sie abgemacht, die Dinge langsam angehen zu lassen. Gemma war lange Zeit Single gewesen und Ryan ist kürzlich aus einer langen Beziehung gekommen, einer Beziehung, die er beendet hatte, da er gespürt hatte, dass sie zu nichts führte. Er und Gemma hatten sich auf einer Party eines gemeinsamen Freundes kennengelernt und eine Sache hatte zur nächsten geführt. Doch vor ihrem ersten Date hatten sie betrunken miteinander geschlafen und genau deswegen rief Gemma ihn an. Und du bist ganz sicher? Zwei Tests, ein Arztbesuch hat es bestätigt. Sie glauben, dass ich ungefähr im dritten Monat bin. Und Ryan hielt in er. Sein Zögern entging ihr nicht. Was? fragte sie. Er schwieg. Sie konnte ihn am anderen Ende der Leitung atmen hören. Ihm lag eine Frage auf der Zunge, doch es war ihm unangenehm, sie zu stellen. Gemma wusste genau, was es war. Es ist deins, kam sie ihm zuvor, um ihn aus seinem Elend zu befreien und ihm zu ersparen, diese Frage stellen zu müssen. Das ist gut, erwiderte er nicht sicher, wie er am besten reagieren sollte. Er hatte gespürt, dass seine letzte Beziehung zu nichts führte. Er war acht Jahre lang mit der Frau zusammen gewesen und obwohl sie sich eine Wohnung geteilt hatten, hatten sie bis auf ein wöchentliches Date getrennte Leben geführt. Wenn er schon in einer Beziehung war, besonders jetzt, Anfang dreißig, musste sie auch für ihn auch irgendwo hinführen. Natürlich wusste er, dass der ausbleibende Fortschritt seiner letzten Beziehung auch seine Schuld gewesen war, doch er hatte sich nicht wohl bei der Vorstellung gefühlt, der Frau einen Antrag zu machen und er hatte auch nicht vorgehabt, ihr einen zu machen, ohne dass es etwas bedeutete. Er wollte nicht Teil einer weiteren Statistik werden, wie seine Eltern, die sich während seiner turbulenten Teenagerzeit hatten scheiden lassen. Davon abgesehen, ein bevorstehendes Baby nach einer dreimonatigen Beziehung, in der sie noch nicht einmal zusammengezogen waren, schien ihm verdammt noch mal zu schnell zu gehen. Hast du heute Abend Zeit? fragte Gemma. Heute Abend? Ja, ich dachte, wir sollten reden. Reden? Ich denke, es gibt Dinge, über die wir sprechen müssen, findest du nicht? Ihre Beziehung dauerte gerade mal drei Monate. Doch für Gemma war sie bereits mehr als eine flüchtige Romanze. Sie mochte Ryan und war sich sicher, dass er sie auch mochte. Das Baby war nicht geplant gewesen und sie wollte nicht, dass er sich dadurch unter Druck gesetzt fühlte. Doch als sie erfahren hatte, dass sie schwanger war, hatte sie sich bereits dazu entschieden, es zu behalten. Es half auch nicht, dass, bevor sie von der Schwangerschaft erfahren hatte, ihre Mutter sie immer wieder damit aufgezogen hatte, dass ihre innere Uhr tickte und tickte und tickte und bald die Batterien leer sein würden. So wie bei der Uhr, die in Ryans Büro hing. Also, drängte sie, es wäre schön gewesen, das alles als Paar zu bewältigen. Aber wenn es sein musste, würde sie es auch allein machen. Ihr hätte es nicht geschadet, von einer alleinerziehenden Mutter großgezogen zu werden, nachdem ihr Vater sie verlassen hatte, als Jemma gerade einmal drei Jahre alt war. Ryan? Okay, sagte er. Ich habe heute Abend nichts vor, wann möchtest du vorbeikommen? Jemma seufzte erleichtert. Ein Teil von ihr war ehrlich besorgt gewesen, dass er sie am Telefon abservieren würde. Ihre Beziehung war frisch und sie wusste, dass sie es sich nicht ausgesucht hatten, jetzt schon Eltern zu werden. Sie wusste auch, dass seine Zustimmung zu dem Treffen keineswegs eine Bestätigung dafür war, dass er die Sache mit ihr zusammen durchziehen wollte. Dennoch gab es viel zu besprechen. Ich könnte gegen Acht da sein. Acht ist gut. Soll ich irgendwas mitbringen? Fragte sie nicht sicher, wie sie das Gespräch am besten beenden sollte. Nur dich selbst, antwortete er. Sie zögerte einen Moment, dann hakte sie nach. Kannst du mir wenigstens einen Hinweis darauf geben, wie du über die ganze Sache denkst? Hör zu, es tut mir leid, aber ich bin auf der Arbeit. Danke, dass du mich hier angerufen hast, aber könnten wir es heute Abend besprechen? Okay. Jemma war den Tränen nah. Sofort bereute Ryan, so ruppig gewesen zu sein, aber die Wahrheit war, dass er selbst nicht wusste, wie er sich fühlte. Er, Vater? Darüber hatte er noch nicht viel nachgedacht. Seiner Meinung nach bekam man erst nach der Hochzeit Kinder und der noch niemand einen Heiratsantrag gemacht hatte, dachte er, er hätte noch Zeit, um sich später zu fragen, ob er dafür bereit war. Bis später, sagte er. Okay. Ich liebe dich, versicherte er ihr. Er liebte sie wirklich. Aber ein Baby? Ich liebe dich ja auch, tut mir leid, erwiderte sie. Ich bin genauso schuld, wie du, bis nachher. Er legte auf und bemerkte dann erst, was er gesagt hatte. Oh, du mein Idiot, dachte er. Ich hätte ihr sagen sollen, dass es nichts gibt, wofür sie sich entschuldigen musste. Doch es war zu spät und der Schaden bereits angerichtet. Er legte den Telefonhörer auf den Tisch und vergrub das Gesicht in den Händen. Er dachte darüber nach, dass der Tag so gut angefangen hatte. Vom Tisch gegenüber rief sein Kollege, Besteht die Gefahr, dass du heute noch arbeitest? Ryan stand auf, nahm seinen Mantel von der Stuhllehne und verließ das Büro. Seinen Kollegen ließ er verwirrt sitzen. Ryan? Er ließ die Tür unter sich zufallen. Sein Kollege Jim nahm seinen Mantel und folgte ihm. Wohin geht ihr? fragte ein anderer Mitarbeiter. Keiner von ihnen hatte eine hohe Position, sie waren alle angestellt und hatten denselben Job. Eingehende Anrufe der Kunden annehmen und ihnen bei ihren Anliegen helfen. Falls jemand kommt, sag einfach, dass ich eine Zigarettenpause mache. sagte Jim und eilte seinem Freund hinterher. Er rannte den Gang entlang, der zu den Aufzügen und Treppen führte. Das Büro befand sich im ersten Stock und keiner der beiden hatte jemals einen der Aufzüge genommen. Er lief an ihnen vorbei, die Stufen hinunter. Ryan, warte! rief er. Ryan blieb nicht stehen. Er erreichte das Ende der Treppe und ging durch den Notausgang in Richtung des Haupteingangs, wo sich die anderen Raucher trafen. Jim holte Ryan bei einem der Raucherbereiche ein. Ach, was ist los? fragte er. Ich schätze mal, der Anruf gerade eben hat nichts mit der Arbeit zu tun. Sie ist schwanger, erklärte Ryan und zog eine Schachtel Zigaretten aus der Innentasche seiner Jacke. Ich, wer hat Vater? Schwanger? Wer? wollte Jim wissen und nahm ebenfalls eine Zigarette aus seiner Schachtel. Hör zur Hölle, glaubst du? Ryan zündete sich eine Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. Gemma? Ja, Gemma. Sie hat mich gerade angerufen. Sie wusste, dass ich auf der Arbeit bin und meinte, dass sie verdammt noch mal schwanger ist. Mein Baby. Ich. Vater. Jim zögerte. Glückwunsch, sagte er unsicher, wie er reagieren sollte. Wenn Leute ankündigten, dass sie ein Kind erwarteten, war es normalerweise angemessen, so etwas zu sagen. Doch diesmal war er sich nicht sicher. Hätte Ryan Luftsprünge gemacht, wäre es einfacher gewesen, das zu beurteilen. Sehe ich aus, als wäre ich bereit, Vater zu werden. Ich habe keinen blassen Schimmer davon. Es ist ja nicht so, als hätte ich irgendwas von meinem alten Herrn gelernt. Obwohl sich Ryans Eltern getrennt hatten, als er noch jung gewesen war, sah er seinen Vater relativ häufig. Auf jeden Fall häufiger als manch anderes Kind in einer ähnlichen Situation. Aber wenn er sich mit seinem Vater traf, wirkte dies eher wie ein Geschäftsmann, der gerne Ratschläge gab. Nicht wie ein Vater, der immer da war, ihn grundlos umarmte und mit ihm Ausflüge zum Strand oder in die Spielhalle machte. Wer hüte dir nicht? fragte Jim. Ich meine, wenn du nicht dazu bereit bist, Vater zu werden, doch wir verhüten, fuhr Ryan ihn an. Es nervte ihn, dass Jim ihm gefolgt war, um das zu verarbeiten, was ihm gerade am Telefon gesagt. Alles, was er wollte, war etwas Ruhe in eine Zigarette, um das zu verarbeiten, was ihm gerade am Telefon gesagt worden war. Er brauchte die Fragerei seines Freundes nicht, selbst wenn er auf seiner Art nur versuchte, für ihn da zu sein. Nun, ich hasse, dass du fragen, aber bist du sicher, dass du es ist von mir? Ryan zog erneut an seiner Zigarette. Als wir uns kennengelernt haben, waren wir beide betrunken und eins führte zum anderen und keine Verhütung? Nein, keine Verhütung. Ein beschissenes Baby. Das könnte doch etwas Gutes sein, oder? Könnte es das? Ich meine, könnte es das wirklich? Wir sind gerade mal seit ein paar Monaten zusammen. Und wieso hat sie jetzt das herausgefunden, dass sie schwanger ist? Sie hätte es merken müssen, als sie im ersten Monat ihre Periode ausgeblieben ist, oder? Ich denke schon, ja. Aber ich bin keine Frau, ich kann mich nicht so gut damit aussehen, dass alles funktioniert. Sorry. War sie schon beim Arzt? Scheint so. Sie hat gesagt, dass sie ungefähr im dritten Monat ist. Es geht also nicht nur um eine verpasste Periode. Sie hätte wissen müssen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich meine, sollen wir uns dazu entschließen, es loszuwerden? Können wir das dann überhaupt noch, oder ist das jetzt schon ein sicheres Ding? Ob ich es will oder nicht, ich werde Vater und das Einzelne, was wir noch besprechen müssen, ist, ob ich ein Vater sein werde, der jeden Tag für sein Kind da ist, oder einer, der auf dem Papier Vater ist und sein Kind nur am Wochenende sieht. Fuck. Er erstarrte. Was ist los? Ryan sagt Jim an. Glaubst du, sie wusste es vorher schon und hat es für sich behalten? Glaubst du, sie versucht mich dazu zu zwingen, bei ihr zu bleiben? Ehrlich, ich meine, keine Ahnung, ich meine, es kann schon sein, dass sie es heute erst herausgefunden hat, es gibt Berichte von Frauen, die eine ganze Schwangerschaft durchgemacht haben, ohne zu wissen, dass sie schwanger waren, also, ehrlich, keine Ahnung, du musst aber mit ihr reden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was würdest du sagen? Keine Ahnung, wahrscheinlich dasselbe wie du gerade, drei Monate meinst du? Ist dir nicht aufgefallen, dass sie zugenommen hat oder so? Sie sieht nicht schwanger aus, ich meine, sie ist etwas dicker geworden, aber nicht viel. Ich dachte nur, sie sei glücklich. Frauen wären fett, wenn sie glücklich sind, oder? Das kommt vor, das weiß ich. Wenn sie glauben, dass er der eine ist, lassen sie sich gehen. Oder sie lassen sich schwingen, um einen Ring zu ergattern. Fick dich. Ich verarsch dich nur. Mal, ehrlich gesagt, könnte das auch was Gutes sein. Es könnte sogar das Beste sein, was jemals passiert ist. Ich meine, verstehe mich nicht falsch, es könnte auch das Schlimmste sein, aber ehrlich, als Maul. Also, was passiert als nächstes? Fragte Jim und zündete sich endlich auch seine Zigarette an. Er nahm einen Zug und blieb seinen kleinen Ring in den Wind. Ryan zuckte mit den Schultern. Sie will reden. Wann? Heute Abend. Ja, das ist gut. So habt ihr die Möglichkeit, klarzustellen, was ihr wirklich wollt und wie ihr es am besten weitermacht. Ich will nicht mit ihr reden. Noch nicht. Ich brauche Zeit, um das alles zu verarbeiten. Grummelte Ryan. Verständlich. Lass uns heute Abend was trinken gehen. Alter, ich kann nicht. Ich treffe mich mit zu, erklärte Jim. Du kannst so jeden Tag Ich habe gerade herausgefunden, dass ich Vater werde. Wenn ich das durchziehe, siehst du mich die nächsten Monate erstmal nicht wieder. Ich werde bis zu den Knien in vollgeschissenen Windeln stecken. Wir müssen das Beste aus der Zeit machen, die uns noch bleibt. Ruf sie an, sag ihr, du hast Pläne. Komm schon, ich muss mich betrinken. Du solltest mit Gemma reden. Du musst das regeln. Es geht um ein beschissenes Baby. Es wird schon nicht wegrennen. Komm schon, ich brauche das. Bitte. Lass uns was trinken gehen, nur ein paar Drinks und danach treffe ich mich mit ihr. Versprochen. Jim lachte. Na gut, okay, nur ein paar Drinks. Die beiden Freunde standen einen Moment lang in der Nachmittagssonne und rauchten schweigend ihre Zigaretten zu Ende. Sie lachten an sich hinein, denn sie wussten, dass es bei ihnen nie bei ein paar Drinks blieb. Jedes Mal, wenn sie etwas trinken gingen, zächten sie schonungslos die ganze Nacht lang. Ryan störte das nicht. Er brauchte diese Zeit, nur eine Nacht, um etwas trinken zu gehen und abzuschalten, bevor er sich seiner Verantwortung stellte. Es konnte nicht schaden. Es war nur eine Nacht. Gemma würde das verstehen. Ich hatte mich umgedreht, damit ich die Beine gegen die kalte Backsteinwand meiner Gefängniszelle stemmen konnte. Die Handschellen schmerzten, zogen an meinen Arm, doch das musste ich aushalten, wenn ich mich irgendwie befreien wollte. Der Plan war einfach, das Rohr, an das ich gekettet war, packen und mit den Füßen so fest gegen die Wand drücken, wie ich konnte. Ich hoffte, das Rohr aus der Wand reißen und die Handschelle über das Ende ziehen zu können. In meinem Kopf funktionierte der Plan, doch in der Realität hatte ich nicht genug Bewegungsfreiheit und es fühlte sich an, als würde mein Arm aus dem Gelenk springen. Trotzdem schloss ich die Augen und stieß mich mit aller Kraft von der Wand ab. Das Metallrohr ächzte, aber es bewegte sich nicht. Ich schrie, als ich es ein zweites und drittes Mal versuchte. Nichts. Dann ließ ich das Rohr los, drehte mich wieder um und nahm die bequemere Position mit dem Rücken zur Wand ein. Fuck. Das ist deine Schuld, sagte ich mir. Du verdienst es nicht anders. Es geschah mir recht. Ich wurde bestraft, allerdings musste ich erst noch herausfinden, von wem. Ich hätte direkt nach Hause gehen sollen. Ich hätte direkt nach Hause gehen und die Sache mit Gemma klären sollen, besprechen sollen, was wir bezüglich unserer Zukunft und der unseres Babys tun werden. Du bist ein egoistisches Arschloch. Das ist das, was du bist. Ich machte mir weiter Vorwürfe. Ernte, was du säst. Frustriert schlug ich den Kopf an die Wand. Du bist ein egoistisches Arschloch und nun wirst du hier sterben. Hinter der Tür, wo ich einen Korridor vermutete, vernahm ich Schritte. Ich schreckte auf. Ich hatte mich daran gewöhnt, keine Geräusche aus nächster Nähe zu hören und allein zu sein. Mehr oder weniger. Ich erstarrte, als ich merkte, dass die Schritte genau vor meiner Tür verstummten. Vor Angst war ich nicht dazu in der Lage zu schreien. Der pessimistische Teil meines Hirns sagte mir, dass die Person nicht gekommen war, mir zu helfen. Meine wie immer negative Lebenseinstellung warnte mich, dass es sich um die Person handelte, wegen der ich hier war. Sie kam, um nach mir zu sehen und sicherzustellen, dass ich ein braver Gefangener war. Adrenalin schoss durch meine Adern, als sich der Türknopf langsam drehte. Er ächzte. Er war vermutlich an den Tag zuletzt geöht worden, an dem das Gebäude abort worden war. Bitte hau ab, bitte hau ab, bitte hau ab. Könnte es Hilfe sein? Es ist keine Hilfe. Die Tür quietschte, öffnete sich langsam. Der Korridor war genauso dunkel wie der Raum, in dem ich mich befand und ich konnte nicht erkennen, wer dort stand. Nur die Umrisse, die riesenhaften Umrisse. Verdammt. Hallo? Wer ist da? Fragte ich. Ich wurde nachgemacht. Hallo? Wer ist da? Die Stimme war tief, kratzig und hatte dennoch etwas Kindliches. Hören Sie, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Hören Sie, wiederholte die Gestalt. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Wieso tun Sie das? Wieso tun Sie das? Bitte hören Sie auf damit, flähte ich. Bitte hören Sie auf damit. Ich hörte auf zu sprechen, saß einfach nur da und starrte die Gestalt an, wer auch immer sie war. Was will die von mir? Die Gestalt betrat den Raum nicht, stand nur in der Dunkelheit und beobachtete mich. Mein Herz schlug so verdammt schnell, dass ich dachte, es würde mir jeden Augenblick aus dem Brustkorb springen. Mir wurde übel. Wer zur Hölle ist das? Es ist Jim. Ja, Jim. Das ist nichts weiter als ein schlechter Scherz. Einer der Streiche, die man einem Brötigam spielt, bevor er heiratet. Es muss etwas Ähnliches für Leute sein, die Vater werden. Ein schlechter Scherz, um sie in den Wahnsinn zu treiben. Ja, das muss es sein. Versuch nur weiter, dir das einzureden. Ist Jim für das hier verantwortlich? Die Größe der Gestalt deutete darauf hin, dass es sich nicht um Jim handelte. Sie, wer auch immer sie war, war weit über zwei Meter groß. Ist Jim für das hier verantwortlich? Wiederholte die Gestalt. Sie schüttelte langsam den Kopf und beantwortete damit die Frage, die sie nachgesprochen hatte. Wer dann? Wer dann? Ich war nicht sicher, ob ich aus Wut, Angst oder Frustration oder einer Mischung aus allem schrie, doch als ich es tat, bereute ich es sofort. Wer zur Hölle bist du? Die Gestalt kreischte, drückte sich die Hände auf die Ohren. Auch ich schrie, aus Angst davor, was als nächstes passieren würde. Die Gestalt drehte sich um rannte weg und ließ die Tür offen stehen. Ich konnte nichts weiter tun, als da zu sitzen und zuzuhören, wie der Koloss den Korridor hinunterrannte und seine Schritte leiser wurden. Mein Herz schlug erneut höher, als irgendwo innerhalb des Gebäudes eine Tür zu fiel. Während sich mein Puls jeder beruhigte, begann klassische Musik durch die Räume zu hallen, die irgendwo im Gebäude aufgedreht worden war. Er erneut schrie, ich hoffte, dass meine Stimme die Musik übertönte. Carmen, zieh zurück! Ich hielt in, erwartete auf irgendeine Antwort. Die verdammte Musik. Ich kannte das Lied, doch kam nicht darauf, welches es war. Hallo? Geduld, ruf erst wieder, wenn die Musik aufgehört hat. Immerhin weiß ich, dass ich nicht allein bin. Die Gestalt dieses Dinges zweifellos der Grund, wieso ich hier bin und gleichzeitig auch der Schlüssel, um wieder von hier zu verschwinden. Ich muss nur sein Vertrauen gewinnen. Falls ich das schaffe, nimmt es mir vielleicht die Handschelle ab. Vertrauen? Du meinst so, wie Gemma dir vertraut hat. Zwei Ryan und Jim saßen an der Bar. Ryan's Handy lag vor ihnen. Es klingelte alle paar Minuten, belästigte das Bier in ihren Gläsern. Ein kleines Kräuseln bildete sich auf der Oberfläche der goldfarbenen Flüssigkeit. Obwohl das Handy seit Jemmas Anruf, als sie ihm offenbart hatte, dass sie schwanger war, auf Vibration gestellt war, fiel es Ryan und Jim schwer, es zu ignorieren. Die beiden starrten es an. Du solltest rangehen, sagte Jim. Es war nicht schwierig gewesen, ihnen zu überreden, etwas trinken zu gehen. Doch er wusste, dass Ryan eigentlich mit Gemma sprechen sollte. Sie hängen zu lassen, so wie es Ryan gerade tat, war eine Arschloch-Aktion. Und auf die eine oder andere Weise musste sie erfahren, wie er sich wegen der bevorstehenden Vaterschaft fühlte. Du willst dich nur vorzurücken, die nächste Runde zu holen, sagte Ryan. Er nahm sein Glas, trank es leer und knallte es auf die Bar. Ich glaube, mich daran erinnern zu können, dass ich letztes Mal auch für die meisten Drinks gezahlt habe, sagte er. Ryan hatte recht. Er war immer der Erste am Pub. Er war immer der Erste an der Bar und immer der Erste, der in die Runde einstieg. Und Jim, nun, er war immer der Erste, der zur Toilette ging. Der Erste, der sagte, dass er nach Hause musste, wenn er zu viel getrunken hatte. Eine Entscheidung, die er stets dann traf, wenn die nächste Runde auf ihn ging. Das Handy hörte auf zu Sam. Okay, wie wär's damit? Du rufst sie zurück und ich hol die nächste Runde. Sag ihr wenigstens, wo du bist, du will, benimmst dich wie ein Arschloch, sagte Jim. Auch er trank sein Bier aus und winkte dem Barkeeper. Noch zwei, bitte. Ich benehm mich wie ein Arschloch. Was ist mit ihr? Was soll mit ihr sein? Sie ist schwanger. Sie versucht mich an sich zu ketten. Glaubst du nicht, dass sie sich wie ein Arschloch benimmt? Du weißt nicht, ob sie das wirklich tut. Ist auch vollkommen egal. Ich garantiere dir, dass sie gerade zu Hause sitzt und sich vor Angst in die Hose macht. Vielleicht verdient sie das. Sie soll ruhig noch ein bisschen zappeln und wissen, dass ich auch was zu melden habe. Jim sah seinen Kumpel an und schüttete unglaublich den Kopf. Er konnte nicht fassen, was er hörte. Er verstand, dass Ryan Angst davor hatte, Vater zu werden. Dennoch benahm er sich, wie bereits erwähnt, wie ein Arschloch. Der Barkeeper stellte ihnen zwei Bier hin, nahm die leeren Gläser und räumte sie in eine kleine Spülmaschine abseits des Tresens ein. Ruf sie an, sagte Jim. Kann ich noch nicht, entgegnete Ryan. Dafür bin ich noch nicht ansatzweise besoffen genug. Wovor hast du solche Angst? hackte Jim nach. Nun war es Ryan, der ihn unglaublich ansah. Ist das dein Ernst? Ja, was ist dein Problem? Woher hast du solche Angst? Sie ist schwanger. Ich weiß. Mit deinem Baby. Ja? Mit meinem Baby. Glaubst du, ich bin bereit, dazu Vater zu werden? Wieso zur Hölle nicht? Es könnte großartig werden. Es könnte furchtbar werden. Liebst du sie? Was? Jim wiederholte die Frage. Liebst du Gemma? Ja, antwortete er ohne zu zögern. Und sie liebt dich? Was ist also das Problem? Ich dachte nur, dass wir erst heiraten und dann ein Kind bekommen würden. Ich dachte nur, manchmal funktioniert das Leben so nicht und du musst die Dinge so nehmen, wie sie kommen. Sie ist schwanger, es ist dein Baby. Jetzt musst du nur noch entscheiden, ob du bei ihr bleibst und hilfst, das Baby großzuziehen. Mein Gott, ihr könntet sogar noch schnell heiraten, bevor das Baby kommt. Sagte Jim. Ryan schnappte. Hey, ihr hoch seid. Ich kann mir gerade mal die Wohnung leisten und meine Rechnung bezahlen. Soll sie einziehen? Teilt euch die Kosten. Jim schüttete unglaublich den Kopf, als er merkte, dass er derjenige war, der sich in Details verrannte. Die Details mussten Gemma und Ryan unter sich klären. Im Augenblick war es wichtiger, dass Ryan aufhörte, sie warten zu lassen und sie anrief. Ruf sie verdammt nochmal einfach an, Alter. Sehr gut, leck mich. Ryan nahm sein Handy. Es war 20 nach 8 und er hatte bereits 17 Anrufe verpasst. Er drückte auf ihren Namen, hielt sich das Telefon ans Ohr und wartete darauf, dass die Verbindung sich aufbaute. Jim nahm einen Schluck des frischen Bieres und sah Ryan erwartungsvoll an. Er teilte die Aufregung seines Freundes. Er war seit einigen Jahren mit Sue zusammen und wollte insgeheim selbst Kinder. Wie Ryan war auch er nicht verheiratet. Bisher hatte es noch keinerlei Gespräche über eine Hochzeit gegeben. Sue wollte heiraten, das erwähnte sie beinahe monatlich. Doch je mehr sie darüber sprach, desto weniger fühlte Jim, sich danach sie zu fragen. Er hatte bereits früher mit Ryan darüber gesprochen, witzigerweise auf denselben Barhockern. Jim hatte gesagt, dass es sich falsch anfühlen würde, sie so kurz, nachdem sie darüber geredet hatte, zu fragen. Es würde sich anfühlen, als wäre es ihre Idee gewesen. Er wollte, dass es seine Idee war, eine Idee, die sie überraschen würde, sobald er um ihre Hand anhielt. Aber erst musste sie aufhören, darüber zu sprechen. Ich bin's, sagte Ryan, nachdem Jimmer den Anruf entgegengenommen hatte. Obwohl er wusste, dass es unverschämt war, hörte Jim dem Gespräch angespannt zu. Wo bist du? Ich bin bei deiner Wohnung. Jemmers Stimme knisterte am anderen Ende der Leitung. Jim stupste Ryan an und formte »Tut mir leid« mit den Lippen. »Tut mir leid«, Ryan hatte sowieso vorgehabt, das zu sagen. »Ich«, er atmete tief ein. »Tut mir leid, ich bin im Pub.« »Was?« »Was?« Jim musste nicht einmal angestrengt zuhören, um zu verstehen, was Jemmer gesagt hatte. »Tut mir leid, ich musste nur erst was trinken.« »Du musstest erst was trinken, um mit mir reden zu können?« »Du hast mich überrumpelt. Tut mir leid, ich... Pass auf, geh nach Hause, ich komme gleich zu dir, ich mache mich sofort auf den Weg.« »Wie viel hast du getrunken?« »Ein bisschen. Mir geht's gut, geh nach Hause, ich bin gleich bei dir.« Kurz herrschte Stille am Telefon. Jim saß mit nervösem Gesichtsausruf, und down hoffte, dass sein Freund es noch nicht versaut hatte. »Ich liebe dich«, sagte Jemmer ruhig. Im Gegensatz zu Jim, der nervös war, weil sein Kumpel eventuell die Chance verspielt hatte, mit seiner Partnerin ein Kind groß zu ziehen, war Jemmer besorgt, da Ryan sich erst betrinken musste, um mit ihr über das Baby sprechen zu können. Das war kein gutes Zeichen für eine Frau und sicher nichts, was ein Mann tun würde, der bereit war, seine Verantwortung ernst zu nehmen. »Ich liebe dich mehr«, sagte Ryan. »Ich mach mich gleich auf den Weg.« »Okay, bis gleich«, erwiderte Jemmer. Als Jemmer auflegte, knackte es in der Leitung. Jim atmete erleichtert durch, Ryan tat es ihm gleich. »Ich kann nicht glauben, dass dir gesagt hat, dass du im Pub bist«, stellte Jim unglaublich fest. Ryan ging nicht darauf ein. »Hoffentlich hast du mit der ganzen Sache recht«, sagte er stand auf und bereitete sich darauf vorzugehen. Jim lachte. »Ich kann es nicht fassen, dass ich dir ein Bier gekauft habe und du es nicht einmal ertrinkst. Du bist wirklich ein Arschloch.« Ryan zuckte mit den Schultern. »Ich wäre gern hier geblieben und hätte weiter getrunken. Du bist derjenige, der mich dazu überredet hat, dieses Gespräch zu führen. Wünsch mir Glück. Brauchst du nicht«, entgegnete Jim und wurde neidisch. Ryan verließ die Bar und ließ seinen Freund mit den Getränken allein. Er wusste, dass sein Bier nicht verschwendet war. Jim würde es trinken. Auf dem Parkplatz rannte Ryan durch den Niese Regen, der mit dem Einbruch der Nacht begonnen hatte, und eilte zu seinem Auto. Er hatte ein paar Bier getrunken, und obwohl er offiziell die Grenze überschritten hatte, fühlte er sich nach wie vor fit genug, um zu fahren. Er ging auf die Fahrertür zu, holte den Schlüssel aus der Jackentasche und setzte sich ins Auto. Er schlug die Tür zu, sperrte den elenden Regen aus und steckte den Schlüssel ins Zündschloss. Und was dann geschah, werdet ihr erst erfahren, wenn ihr das Buch selbst lest. Soviel zu dieser kleinen Probe von Monster. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.